Hoi miteinander, ich erkläre in diesem Video in welchem Umfang Wahlenunterdrückung und Wahlkreisgeometrie, im englischen Gerrymandering, bei den Schweizer Wahlen eine Rolle spielen und ich vergleiche die Situation mit den Vereinigten Staaten. Die erste geschichtliche Übersicht von beiden Staaten hessichtlich ihrer Stimmracht. Stimmracht in den Kantonen seit von 1884 an in einem konstanten Wandel gewesen. Es hat diverse E-Schränke betreffend Vermöge, Eigentum, Religion etc. g. vordergründig vom Schweizer Staat. Einige sind kurz vordergründig oder dennoch abgeschafft worden. Das Stimmracht in nationaler Anklage heilte, ist von der Kanton abhängig g'si und die Bundesverfassung hätte limitiert die Reichwittika. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der das 20. Altersjahr zurückgelegt hat und im Übrigen nach der Gesetzgebung des Kantons, in welchem er seinen Wohnsitz hat, nicht vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist. Das Stimmracht abhängig von gewissen Bedingungen ist langsam erodiert. Beispielsweise mit der Einführung vom Stimmracht für Jude und Analphabete. Der Ausschluss fürs Nichtbezahler vor Stüren ist ebbevoll, Kate. Aber das Stimmracht für Frauen ist erst 1971 eingeführt worden. Vorherrige Versuche sind fehlgeschlagen, wilde Propaganda dagegen und das in der Köpf fest verankerte Rollerbild zum Männer dagegenstimmen gelassen hat. Natürlich ist das ziemlich ein Schmach verglichen zu der USA, wo es 1920 eingeführt hat. Der Meilenstein und das Aufheben vom Ausschluss von verurteilten oder bankrottigen Bürgern bedeutet, dass es von diesem Punkt an als allgemeines Stimmracht für Schweizer Erwachsene gültet. Über die Bundesverfassung und die kantonale Verfassung existiert seit 1976 folgendes Stimmracht. Die politischen Rechte in Bundessachen stehen allen Schweizerinnen und Schweizern zu, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind. Alle haben die gleichen politischen Rechte und Pflichten. Sie können an den Nationalratswahlen und an den Abstimmungen des Bundes teilnehmen, sowie Volksinitiativen und Referenten in Bundesangelegenheiten ergreifen und unterzeichnen. Sprich, solange man kein Vormund hat, haben wir als Schweizer Bürger über achtzer Stimme. Selbstverständlich muss für kantonale Abstimmungen der Wohnort im entsprechenden Kanton liegen. In manchen Kantonen können auch Ausländer mit dem C-Ausweis abstimmen, aber die Bedingungen unterscheiden sich. In Fribourg ist es zum Beispiel notwendig, neben dem C-Ausweis seit fünf Jahren im Kanton zu leben. Zusammenfassend sind die Stimmracht relativ klar und einfach für Schweizer Erwachsene seit 1976. Jetzt zu der USA. Die Verfassung von 1787 hat keine Voraussetzungen für das Wahle definiert, wie die Macht bei den Staaten liegt. In den meisten Staaten hat das zu Stimmrecht für wisse, männliche Grundeigentümer geführt, also stark einschränkend. Bis 1856 haben die meisten Staaten bedingende hesslich Grundeigentum oder Bezahlung von Steuern abgeschafft, Also haben die meisten wisse Männer das Wohlrecht bekommen. Der 14. Zusatzartikel erwidert das Bürgerrecht. Alle in den Vereinigten Staaten geborenen oder einbürgern die Personen, und daher der dortige Rechtssprachig unterworfen, sind Bürger von den Vereinigten Staaten und vom Staat, in dem sie wohnen. Das hätte 15. Zusatzartikel ermöglicht. Das Wohlrecht für Bürger von den Vereinigten Staaten dürfen nicht verweigert oder eingeschränkt werden durch die Vereinigten Staaten oder irgendein Staat aufgrund von Rast-, Farb- oder vormaliger Knachtschaft. Mehrere andere eingeschränkige sind ebenfalls Kate. Der 15. Zusatzartikel stellt sehr eindeutig klar, dass keine Stimmunterdrückung erlaubt ist. Es erstaunt mich, dass es immer noch so viele Versuche gibt, die gegen den Verstoßen mit Hilfe von hinterhältigen Strategien. Der zweite Zusatzartikel ist natürlich heilig und wird immer erwähnt, wenn es um Waffen geht. Aber der 15. ist irrelevant. Wie seltsam. Oder einfach rassistisch. Um das Recht für People of Colour durchzusetzen, ist in 1984 der Voting Rights Act etabliert worden. Keine Stimmqualifikation oder Voraussetzungen, sowie Standard, Praxis oder Prozedur dürft durch ein Staat oder politische Untereinheit auferleiten oder angewandelt werden, um das Recht für Bürger von den Vereinigten Staaten aufgrund von Rast- oder Farb zu verweigern oder E-Schränken. Die anfängliche Zahlseite sieht unterdessen zu 1620a gewachsen und es hat einige Gerichtsurteile dazu gegeben. Ich kann der erste Fassig überflogen und konzentriere mich auf die Sektionen 2, 4 und 5. Die andere Seite wird über die Überprüfung, Details betreffend mögliche Werke zur Untergrabung vom Stimmrecht oder die Strophe für die Verletzung. In Sektion 4a wird das Verweigerung vom Stimmrecht aufgrund von fehlgeschlagenen Tests oder Gratschafter verboten. Also verletzt jegliche Stimmrecht unterbinden die Methode, wo nur auf Persons of Colour zielt, das Gesetz. In Sektion 4c werden Beispiel genannt, wie ein minimaler Abschluss oder ein Qualifikationsnachweis vor einem registrierten Wahler. Sektion 4b dreht sich um den A-Teil registrierten Wahler. Oder Wahler, die an der letzten Präsidentschaftswahl teilgenommen haben. Wenn da unter 50% käht, tritt Sektion 5 in Kraft. Jegliche Einführungen von potenziell Stimmrecht einschränkenden Methode müssen vom Attorney General oder vom District Court for the District Columbia überprüft werden. Das hat das Nossieren von neuer Vorrufsetzungen, Prozess etc., um die Stimmmöglichkeit zu manipulieren, erschwert. 2013 im Fall Shelby County V-Holder ist Sektion 4b als verfassungswidrig deklariert worden. Daher ist Sektion 5 nicht mehr durchsetzbar und keine Prüfung von Veränderungen oder Einführungen von Prozedere mühend stattfinden. Um im Attorney General des Macht zurückzugehen, muss Sektion 4b überarbeitet werden. State Legislatures können Stimmrecht einschränkende Methode problemlos einführen, was auch einige rasch gemacht haben. Z.B. in North Carolina ist ein Währle-Identifikationsgesetz verabschiedet worden, weil es Ideen mit Vorten als Voraussetzung definiert, aber nur wenige spezifische sind gültig. Das Department of Justice hat North Carolina verklagt und das Gericht kommt zum Schluss, dass die Voraussetzungen mit beinahe chirurgischer Präzision auf African-American zielten. In der neuesten Iterationen ist eine Idee ab 2020 nötig, aber jetzt sind viele Ideen gültig und eine zu beantragen ist gratis. Die Öffnungszite schien generös genug zu sein, dass es nicht als Farce gültet. Ich habe noch zwei informative Videos verlinkt, falls das Thema unbekannt ist. In der Schweiz gibt es keine Registrierung, weil es ein automatischer Eintrag ins Wahlerverzeichnis der Gemeinde gibt. Die Wahldokumente werden die Woche zuvor per Brief verschickt. Das Stimmgesetz sieht über das generelle Prozedere. Als Beispiel für das Verandere von Prozedere ist die Möglichkeit bei Briefwahlen, was ab den 90ern in der Kanton eingeführt worden ist. Ich war nur einmal an der Urne und ich glaube nicht, dass ich nochmal ging. Die Briefwahl ist einfach zu bequem. Es hat zwar einen Nachteil, aber die Urne ist auch nicht ohne. Also für mich erschien sie akzeptabel zu. Nicht wie die elektronische Wahle, was schlicht gefährlich ist und viele Personen nahmen es auf die lichtige Schulter. Aber ich schweif ab. Wie auch immer, um das Stimmracht zu beeinflussen, mühen die kantonale Legislative dem obligatorischen Referendum gegenüber trachte, will jegliche Anderege von der Kantonsverfassung verlangen das. Die Entmündigung für Verurteilte ist auch ein Mittel zur Wahlmanipulation. Am Anfang hätte es nur Sinn ergeben, weil es für Totschlag und andere Gewaltverbraucher verurteilt, die gültet. Aber dann ist mir aufgefallen, dass auch nicht-gewalttätige Verbraucher drunter kähen. Und weil es eine höhere Verurteilungsrate von Persons of Color gibt, wird das Wahlergebnis überproportional beeinflusst. Wenn ein mehrmals Wegefahrer unter Einfluss beschuldigt wird, muss die Person natürlich die Strophe verbüßen. Mit der Blutalkoholkonzentration über der Limite kann das in der USA als Verbracher eingestuft werden und daher auch eine Gefangnisstrophe bedeuten. Für so eine dumme Entscheidung, bestraft zu werden, ergibt Sinn. Aber das Stimmrecht zu entfernen? Ich sehe die Verbindung nicht. In der Schweiz ist das seit 1971 kein Problem mehr, aber in den USA existieren Einschränken, die gesetzt. Nur zwei Staaten haben die gleiche Racht wie die Schweiz und der Rest hat unterschiedliche Einschränkungen. Eine zweite Methode zur Wahlmanipulation ist als Gerrymandering bekannt, im deutschen Wahlkreisgeometrie. Dabei werden Wahlkreise verändert, um Vorteile in der nächsten Wahl überzukommen. Mit Daten über Wahlgewohnheiten oder andere Faktoren kann die Partei mit der Mehrheit in der Regierung in folgenden Staaten die Wahlkreise verändern. Das neue Teil geschieht alle zwei Jahre in allen Staaten. Ich erkläre nur das Grundlagende, nämlich Packing und Cracking. Packing meint, dass die Wahlen aus der anderen Partei zu einem Wahlkreis zusammengeführt werden und mit der Dore zwar einen Wahlkreis verliert, aber dafür andere überkommt. Cracking meint, dass Uftrennen von Wahlen im Mehrheit im Wahlkreis um die Stimme ins Leere laufen zu lassen. Ich habe englische Videos verlinkt für weitere Informationen. Ein weiterer Faktor für das neue Teil des Wahlkreises ist Segregation und etwas, was mir bei der ersten Übersicht aufgefallen ist, ist die höhere Segregation in der USA verglichen zu der Schweiz. Ich muss aber darauf hinweisen, dass die Segregation in der USA auf Rassen basiert und in der Schweiz auf Nationalitäten. Ausserdem wird Weiss als Referenz gebraucht, also ist die Segregation immer in Bezug auf weisse Personen. In der Schweiz ist die Segregation immer in Bezug auf den Rest der Bevölkerung, quasi eine Verteidigung von Nationalitäten über den Kanton. Sogar wenn People of Color in gemischten Quartieren leben, solange weisse Leute in Vororten oder geschlossenen Wohnanlagen wohnen, zählt es als stark segregiert. Das ist ein Grund für die höhere Zahlen, aber ich bin nicht überzeugt, dass das als Erklärung reicht. Inder liegt das hohe Segregationsniveau in den USA vor. Ob gewollt oder forciert, ist eine andere Frage. Überraschender Weiss ist die Segregation von 2000 zu 2009 gestiegen. Einerseits ist in dem Fall eine Neuinteilung von der Wahlkreise nicht einfach negativ, weil eine Minderheit kann dadurch zusammengeführt werden und eine angemessene Repräsentation bekommen, innerhalb des Mehrheitswahlsystems. Andererseits ist das Gruppieren kontrovers, da ein Wahlkreis ein Repräsentant bedeutet und sie da wahrscheinlich mit dem Überschuss an Stimmen wählen. Noch ein weiterer Grund sind Bevölkerungsveränderungen, die eine neue Idee nach sich ziehen, damit ungefähr eine ähnliche Anzahl Personen pro Wahlkreis vorhanden sind. Letztendlich ist es eine Mehrheitswahl in einem Wahlkreis und nicht eine Repräsentation aller. Als Beispiel habe ich zwei Wahlkreise von der Wahl 2018 vom Texas House of Representatives ausgesucht, bei denen die Resultate ziemlich nah beieinander gewesen sind. Jeder Wahlkreis hat einen Repräsentant, den für 52% der Wähler steht. In einem Fall ist es ein Democrat und beim anderen ein Republican. In der Schweiz ist bei der Gründung die Mehrheitswahl oder auch die Majorswahl gebraucht worden, mit dem gleichen Problem wie in den USA heutzutage. Wahlkreisgeometrie und verhältnismässige Repräsentation von Parteien, abrupte Machtwechsel, was alles zu Spannungen zwischen den grossen Parteien und Animositäten von der kleinen der grossen gegenüber geführt hat. Philosoph und Ökonom Victor Corsiderand hat in Genève eine Verhältnisswahl, bekannt als Proporzwahl, vorgeschlagen. Statt eine Partei in einem Wahlkreis zu wählen, sollte die Stimme von allen Parteien berücksichtigt werden. Es gibt mehr als einen Sitz pro Wahlkreis und die Sitz werden verhältnismässig an die Parteien verteilt. 1918 ist eine Initiative zur Einführung von Proportsystemen erfolgreich gewesen und die grosse Partei, die Freisinnige, hat die Parlamentsmehrheit verloren und mehr Parteien haben am Legislaturprozess teilnehmen können. Manche Kantone haben das Quorum festgelegt, einen Mindestprozentsatz, um das aufteilen in zu viele Parteien zu verhindern. Weil das Wahlsystem von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist, kann die Verpflichtung zur Kracht der Gewichtigung aus der Bundesverfassung manchisch bedroht werden. In der Schweiz hat die SVP eine reine Majorswahl wollen einführen, natürlich um sich einen grösseren Anteil am Kantonsparlament zu sichern. Aber die Abstimmenden haben dagegen Vorschlag zu einem revidierten Proportsystem angenommen. Das Motto hat geheissen «Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem». Was wahr ist, aber natürlich haben sie verschwiegen, dass sie die Profiteur wären auf Kosten der kleineren Parteien. Aufgrund des Proportsystems ist die Neueinteilung für Wahlkreis ziemlich nutzlos worden und in den meisten Kantonen gibt es keine regelmässige Neueinteilung. In den meisten sind sie sogar in der Kantonsverfassung niedergeschrieben. Die Sätze pro Wahlkreis verändern sich durch Bevölkerungsfluktuationen, aber die Wahlkreise selber kaum. Wenn der Wahlkreis nur noch einen Sitz hätte, weil die Bevölkerung sich so drastisch verändert hat, erfolgt eine Neueinteilung, um eine verhältnismässige Wahl zu garantieren. Oder ein anderes Zuteilungsverfahren muss eingesetzt werden. Für das Beispiel habe ich die Grossratswahl 2016 von Basel-Stadt im Wahlkreis Rieche ausgesucht. Ein Schlüsselunterschied sind die Sätze, weil es nicht ein, sondern elf sieht. Eine andere sieht die Anzahlpartei, weil es mehr als zwei sieht und die Verteidigung vor der Sitz. Für Rieche 1,2% von der Stimme führen nicht zu einer Repräsentation im Parlament. Noch kurz über die Exekutive. Kantonale Exekutive bestehen aus fünf bis sieben Personen, werden vom ganzen Kanton geweiht und über die Majorswahl bestimmt. Der Unterschied zu den US-Staaten ist, dass die Exekutive nur mehr repräsentative Präsidenten und in den meisten Kantonen unter der Idee Primus Inter Pares, also ohne zusätzliche Befugnis. In den USA ist der Governor der Kopf der Regierung und verfügt über weitreichende Macht. Die anderen Mitglieder werden ebenfalls von den Leuten gewählt. Eine klare Hierarchie wird während der ganzen Amtszeit beibehalten. Ich wollte noch ein paar Sätze zu einem Thema loswerden, worüber man ein ganzes Video machen kann, nämlich Zuteilungsverfahren. Ich habe, aus welchen Gründen auch immer, unterschätzt, dass Mathematiker so viel die Werk für eine gerechte Zuteilung anbieten würden. Ich soll es besser wissen. In jedem Kanton werden unterschiedliche Verfahren mit anderer Stärke und Nachteil genutzt, also kann ich nicht jedes präsentieren. Auf einem nationalen Niveau werden die 200 Sitz vom Nationalrat mit einem Verfahren der Kanton zuteilt. Das ist nötig, weil jeder Kanton einen Wahlkreis mit mehrerer Sitz darstellt. Dennoch werden Sitz mit den anderen Verfahren verhältnismäßig der Partei zugeordnet und letztlich überkommen die Kandidaten mit der meisten Stimmen vor der Partei, ein Sitz. Das erste Verfahren wird Hamilton oder Herr-Niemeyer-Verfahren bezeichnet und das zweite ist bekannt als Hagenbach-Bischof-Verfahren. In den USA ist die Wahl wie der E-Repräsentant pro Wahlkreis, wo man als Congressional District bezeichnet wird und die Sitz pro Staat sieht proportional zu der Bevölkerung. Für die Berechnung wird das Huntington Hill-Verfahren eingesetzt. Ich kann jetzt diverse Verfahren genannt, ohne sie zu erklären, weil sie eine ausschweifende Erklärung brauchen und ich kann mich gegen 20 Minuten über mathematische Methode für die krachteste Zuteilung entschieden. Ich kann erörtert, in welchem Umfang im Vergleich zu der Vereinigten Staaten Stimmunterdrückung und Wahlkreis-Geometrie-Problem bei der Schweizer Wahle darstellen. Und nun laune ich die Sache Ruhe. Kommentar sieht erwünscht. Ich verlange nur mehr respektvolles Verhalten. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.